Aus der Dämmerung der Zeit bewegen wir uns langsam durch die Jahrhunderte. Unsterblich. Auf seiner Reise durch die Zeit erfüllt er die Prophezeiung, dass es nur einen geben kann. Aber jetzt gibt es eine Herausforderung. Sein Name ist King. Er ist ein gefürchteter Gegner. Irgendwo da draußen ist der Highlander und seit Jahren ist er mir noch etwas schuldig. Irgendwo da draußen ist der Highlander und seit Jahren ist er mir noch etwas schuldig. Zwei Feinde aus einer anderen Zeit treffen aufeinander. Wir sehen uns dann in der Hölle. Es kann nur einen geben. Highlander 3. Die Legende. Mit Christopher Lambert und Mario Van Pieve. Ab März im Kino.